Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft mit Finn und Basti Hallo Hi Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit Finn und Basti Hallo Servus Wir haben Hunde Wieso habe ich jetzt Wer hat mir so viele Knochen hingeschmissen, wenn ich fragen darf Ich? Hunde gefunden Ja Hunde Ich habe auch schon einen aber finden Bekan, weil er doof ist Kein Wunsch Ich mag ihn nicht Naja, ich mag dich nicht Ich meine die Werkzeuge hier nicht Ich mag das Ding nicht Aber eigentlich wollten wir ja eine paar machen, nur so als ganz kleine Information Falls sich jemand über das Behinder der Schmerzen oder das Behinder der Knister aufregt, Phil ist hier und versucht mich zu stören Das ist schon ein bisschen weitergebaut hier Ja, das ist schon ein bisschen weitergebaut hier Ja, das wollte ich gerade sagen Ja, das wollte ich gerade sagen Ja, das wollte ich gerade sagen Glas auf jeden Fall mit Glas Und ich weiß, dass ich mich da verbaut habe, aber das ist mir so egal Ja Ey, wieso? Wieso? Wieso machst du da die Wand mit Glas? Ja, auch Ja, so viel Glas, das ist... schien nun die geschehen muss das macht den Kronen Niedern wird nicht nur und zu tun werden sie bei 20 und heute ist auch dumm du bist so richtig okay und scheiße sein auch er hat sich ihn also es kommt ob ich gerade noch angeschlossen wenn man mich nicht will so wird er sich in der er macht es ist ich habe ihn gesetzt und ist er ok um Prozent du und du hast eine Fläche irgendwie komplett zugebaut jetzt die wir eigentlich hätten den Pflanzen können ich hab dir ich hab'n Diamant oh mein Gott komm her aber ich hab eh keine Eisenspiecke also ihr müsst kommen ist es passiert ja als ob er die Freunde haben sich getötet nur einer ja mein er ist tot, deiner hat mein getötet nimm was hier nimm du ja ich ich guck grad ob noch Arsene 2 und schützt sie drei auch auf hohe ein gewinnt er gibt ihn ja dass ich die mir noch weiter bauen kann okay die Ehre und von Basti ich mache ihn kaputt das Plage nennt sich World Edith das ist auch Prozent der Bordelmann in Europa er hat sofort die Geile er hat er abgehört zartrein so rufen ohr g er hat er ich habe ein gewerkschaften ich habe schon gewundert warum habe ich zu viel er hätte nämlich auch nicht umgekehrt vertreten der dritte Saga daga und sie muss so wie es auch mein Kindeser mit ihr läuft das geht so nicht weiter das geht einfach nicht ich kann ich kann sie auf dem Server laufen lassen gleichzeitig das ist so ist sie ja eigentlich auch genau ein Buch ist direkt das ist eigentlich das ist gar nicht so tief wer ist da schon jemanden gefunden das ist jetzt warte auf 15 schon ich auch nicht wieder ja ein bisschen Lacki wer hat sich extrem Lacki würde ich sagen ich bin auch so blöd ich muss ja eh hoch jetzt ja ich bin ja noch so dass es jetzt nur 1 es ist Prozent ich gehe kurz einmal ins Haus und Kräfte mehr Ort und Kost und Diamant-Pick-Agecht du hast du schon ne die gehört uns allen nur ich brauch die halt weil ich die Mine bau wir können sie die wir können sie uns teilen und immer hin und her geben ja gibt mal die Hälfte oberen Teil du kriegst die Stöcke noch und schon lustig Loll wie witzig Prozent Prozent da alles gelacht Schatz in den Kommentaren Prozent es ist nicht sie ist dann auch nur zum Kommentar schreiben K und ein Spaß sie was zu stellen nur weil du es zu beenden besonnen die Bauern kann sehr kann ich da nichts für es ist er wurde Kultlumpen um äh da auch noch ein Hund wo kommt Sand rein bei Baumaterialien tust Sand ist glaub ich sogar bei Baumaterialien er hat ja heute das Schaft zerfrupft es gibt ein bisschen sonst noch hier Holz hier ist es da kommt Wollerwein mit dem Schwestern da kommt hier noch ein Fenster hin ich brauche die Fenster zum was ich hab fünf Redstone Diamant Redstone so jetzt haben wir auch Fenster zur Seite ja das wollte ich wo er noch um machen um das braucht auch mit dem und zurück mit Pflanzliches brauche ich das Broterschein ich habe ein Ei gefunden wir können jetzt schon zwei Kuchen backen das Kuchen backern ich bin es ist hoge wo es künstlich von das ist sie ja ich hab die Zielsordnung aber eine Seite kommt jetzt bei mir von mir also eine Reihe Bambus ach scheiße das war nicht fair, aber da ist halt eins das hier, kannst du hinweisen das machen wir nicht so ist es besser oh, ich hab kein Glas mehr ich hab noch ich hab noch ich hab dauerhaft auf 16,15 FPS ja, das ist ok doch, das ist noch ok, noch ok, aber es springt teilweise rund auf 12, das ist nicht gut ich bin normalerweise auf 30 hier, hier musst du die Seite noch so, das stimmt nicht hey ho hey ho, ho mal hier die Reihe raps, dvm warte mal kurz raps, java, java, skype moviemaker wow, ich hab mich gerade fast selbst begraben nein, du machst ja nichts kaputt explorer das ist ein explorer äh, das würde ich nicht schließen ja, das ist ja, das ist komplette ah, das ist wieder 20 hey, 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 hey so und jetzt so mal hier die Reihe verflixte Kacke und oh, du bist so dumm, ey wieso dumm weil du da ein Ding wieder kaputt gemacht hast haha ich hab's wieder heilig gemacht ich wollte ja eine Tür bauen, das hab ich noch nicht gemacht danach denke ich immer mal meinen, oder? gehen wir mal meinen, ja ey, ihr könnt zu mir runterkommen ich muss ja so ein bisschen was für hm, du stinkst Basti du stinkst Basti so, I have one door noch für die Farm so die Farm ist fertig oh yeah, wir haben eine Farm gebaut gebaut äh ah, Wolle äh, habt ihr schon irgendwie eine Vorstellung, wie wir den Innenraum gestalten wollen? ja, als ich will auf jeden Fall so ein teppisch vom Eingang bis zum Schlafsaal bis zu der Leiter und nach draußen also so drei Wege praktisch und dafür brauchen wir viel Wolle ja ich werde für so ähm weiß weiß-gelb Brot oder so so ein Muster ich schmeiß gerade alles Zeug weg und ich vergesse mal was wegzuschmeißen dämlich hee hee so so ja dann Finn, wo hast du denn dann eine Mine angefangen zu bauen? hmmm Basti hat's ja eigentlich schon gesehen ja, die ist hinten bei na, du warst schon wo? bei der Farm kann man die Regeln auch hier ausstellen? Ich denke, ich glaub schon ich muss mal gucken, wie man den ausstellen kann komm mal mit komm mal mit ok das sind denn Optionen meine ich jetzt nicht über eine komm mal her komm mal her komm, wo läufst du denn lang? bei Magic 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 Tree jetzt hab ich diese ganze Scheiße wieder aufgenommen wieso ist das ein Magic Tree? wieso ist das ein Magic Tree? also ja das ist aber schon sehr weit gekommen das ist aber schon sehr weit gekommen wenn wir auch noch wissen, doch also jeder nimmt sich eine Seite Tippo was gibt da waren zwei Drei du? boah, bis jetzt dumm zum Zehner, aber hm nee, ich brauche bei dir nicht nochmal einmal, oder bei dir es geht schneller, das besser ok, ich nämlich so recht hast du das etwa eine Eisenspitzehacke? ne ok, ich hab zwei Stück bei mir hallelujah, ist klar was hat er gefunden? fett gelitten ich will auch wissen die sogenannten Kinderhustle zwei Stück ja nur zwei Stück oben in der Kiste sind auch mal zwei dann kannst du dir auch noch die haben einen Spitzer gemacht gut ja du musst dich jetzt nicht gleich verpassen um die Scheiße ich bin ja noch da und ich kann nicht bauen weil du im E-B-E-B-E-S ja weil ich den Redstone abarbeiten weil ich gerade ein Redstone-Fetischist geworden bin cool für einen Kompass was braucht man da nochmal alles? vier Eisen und ein Redstone Gold oder so nein ich meine, wenn ich das gerade sag ja ok, dann baue ich mir nämlich gleich ein, dass ich schon für die Obermachung ich hab schon wieder Kohle gefunden da ich will jetzt's wieder zu lesen fuck a trick ja, fuck a trick ja, klar, fuck ALL fuck trick cool das ist zwar nicht zitieren und noch mal m es geht aber auch mit zweis mit einer Schaufel hinterher er geht KZ KZ schon gezahlt nee schon wieder Eisen gefunden Redstone zu mir Gold wenn wir später, können wir in die Hölle? äh ja, nein wieso? ja, wegen Cloth Rostock, Lampe also ja, ich glaube, ich kann sagen, wir organisieren ich kann dir alle besorgen sogar die Hölle komm ich hier schon rein eben, was geht eben Dopp di Dopp di Dopp ganz knapp oh, riesiger Lava Lake